So ihr Leben Willkommen zurück auf Lascaus Reflections. So wir legen gleich mal weiter. Erstmal hier. Hallo. Wie immer. Arsch da mal das Zeug rein haben. So mit Hass nicht so einfach. Ach wir haben schon den Samen drin. Gut. Dann geht es weiter. So. Mal sehen wir es mal jetzt in den 20 Minuten schaffen. Äh. Ja. Ich glaube 170 müsste drin sein. Dass ich euch sogar noch zeichnen kann. Ja. 3 Level müssen wir jetzt nur machen. Äh. Dass ich euch sogar noch zeichnen kann. Wo wir dann die Quest machen. Für Waffen. Äh. und Rüstung halt. Ich versuche jetzt einfach nur durch zu hauen in den nächsten ca. 20 Minuten wenn die Viecher auch da bleiben. dann muss ich sagen. Mach mal Arsch mal die Quest. Joachim Meier heizt. 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 Du dasteigst nicht mal geklickt. Tüchte not der Ruhe. So. Und da ganz da eigentlich. mà da kann man auch eigentlich äh die Bet. bett level also die zwei plätze ich hoffe ja dass ich auch mein gut jetzt bei mir so weil ich glaube den kinder haben könnte ich jetzt schon wieder wir bleiben jetzt hier ja jetzt hier weiter zu 170 zu schaffen was er noch was schaffen wir haben uns nicht schaffen naja dann machen wir seit dem nächsten video weil ich ganz nicht immer versprechen wie gesagt normalerweise könnte ich mir jetzt noch das habe ich mir alles über cash geholt und wie gesagt ich will ja ohne cash mit den durchbrochen und mein titel youtube let's play youtube habe ich von erik bekommen also da habe ich mir auch nicht über cash geholt nicht nur jetzt denkt du was hat sich in der unterbrüchung dann hat er so im titel drinnen den habe ich unser erik checkt das hübschen ich würde ja keine frauen wie es scheint bei euch alles mit dem wetter wo kommt ihr alle her und so würde ich mal interessieren aber wir sind ja kann nicht in den live stream da können dies frauen ich bin aus Sachsen-Anhalt näher halle und das wetter ist eigentlich nur regnerisch und sturmisch regnerisch und sturmisch ich habe mir ein ja das war schon aufmachen so dann kommt das hier und sammeln dann können wir das auch nochmal aufmachen so was haben wir hier kriegt uh ein heiltrank nicht schlecht das ist natürlich nicht schlecht so das war auch gehen prozentig um geschenkt sagt man so schön hier schenken kann nun gehen so Ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen, dass ich eventuell zu Weihnachten ein Live-Frame mache. Und, aber ihr müsst mir dann nicht so böse sein, wenn die Bildqualität dann nicht so der Hit ist. Aber ich bin dann Live-Fort und ihr könnt mir dann Live-Kommentar um die Urne an, wenn ihr das möchtet. Ich freue mich, dass ich mich auch freuen. Ich schicke ja mit jedem Video, was ich hochladen, DS-Daten, wenn ihr mal auf das DS kommen würdet. Und, ja, da geht man mal zusammenschlappern. Außer Karte, ich nehme ein Video, weil, äh, dann kommt das in dem Video, äh, das DS. Ja, gut, ich kenne das eigentlich, aber ist eh egal. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf das DS kommt. Da können wir auch mal zusammenschlappern und Rüste nicht gesehen. Schön würde mich freuen, wenn ihr auf den Server kommt. Aber leider, wie ich das schon in den vorigen Videos alles, äh, gesagt habe. Äh, das geht nur über Check Description. Und, am einfachsten wäre es, äh, ihr kommt auf das DS, schnattert mit ihn und er stellt Account für euch. und ja, er stellt Account für euch. Der ist einfach so möglich, aber er ist einfach so möglich, wie ich das hier selber sozusagen nicht verabben kann. Und, ich möchte mich mal zeigen, wie dasυallte, also das, was ich jetzt schon wirst, um, ich habe nicht zum Beispiel an die, als ob ich mich noch nicht drauf hab, oder gar nicht drauf hab, oder nicht, oder, ich gerade habe ich noch was, noch nicht drauf eigentlichode Und, äh, ich mache, ihr kommt auf den, äh, das, äh, das, wie ich mir bitte losgearbeitet habe, aber, wie ich wollte jetzt, ich muss, dass er, also, weil ich jetzt, das Aufgabe scheint, für euch. Das ist eigentlich das einfachste und das kürzeste, was man machen kann. Komplizierter wird's. Wenn ihr mich anschreibt, dann muss ich Check das Rippchen anschreiben. Achso, äh, bei, ja, das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich, da muss ich mal selber fragen bei Wegen Skype. Aber wie gesagt, wäre dann doch gleich ein Name, ne? Aber ich glaube, da hat nichts dagegen. Wenn, äh, seriöse Nachrichten kommen, dann könnt ihr euch noch auf Skype adden. So. Und der Grund, das hatte ich auch in meinem vorigen Video gesagt, also nicht geschrieben, sondern gesagt. Äh, es geht um Hacker, ne? So. Und die haben dadurch, dass, äh, nun eine Registrierung durch unser Admin, Check das Rippchen, IOS, äh, Eric, möglich ist. Damit, äh, äh, reduzieren wir die Hackerangriffe. Oder eher, ich, ich. Ich, ich. Ich let's play, bloß den Sofa. So, da, weil ich auch erregelte. So, von daher, wie gesagt, müsst ihr wissen, ihr könnt sofort reinkommen. Wenn ihr möchtet. Kommt einfach auf das DS. Und, ja. Dann ruft euch da Eric schon zu euch hoch oder kommt zu euch runter. Und, da könnt ihr die Frage stellen. Ich, oder, könnt ihr ihn sagen. Ich will neu. Dann seid ihr dabei. So. Äh, ansonsten kann ich ja meine nächsten Videos, äh, meine Facebook-Adresse angeben, dass ihr mich halt anschreibt und ich schreibe dann halt Erich an. Das ist dann vielleicht so kompliziert. Ne? Müsst du halt wissen, wie ihr es macht. Oder schreibt in den Kommentaren. Ja, ich will zu euch auf dem Server. Wie geht das? So. Ich habe Dings vergessen. Genau. So. Müsst ihr halt wissen, wie ihr es macht. Wenn euch das Server gefällt, dann haben wir hier sagt. Kommt auf das DS. Daten sind drin. Hab ich, äh, ne? Geboost. Oh, äh, stelle ich rein in meine Videos. Auf jeden. Auf jedes. Und, oh, da hab ich einen Togen. Die nehmen wir mit. Ja, hoffe jetzt. Und, ja. Wir haben es gleich 69. Oh, nice. Gleich 16. Ja. Da haben wir noch. Da hat er vierfach gegriffen. Vorher haben wir noch nicht so viel gekriegt. So, man muss bis von dort. Ja. Das man ruf. Das ist mal ein Move. Da ist es. Das können wir jetzt, äh, kennen die gut aber ich glaube die ich guck mal hier schaum also noch 70 aber ich zeige euch dann schon mal die bieten wo wir und nach dem Level 100 70 weitermachen also wenn wir 170 sind wenn ich kann nee mach ich nicht ich zeige ich mache 170 und dann machen wir das zusammen aber ich zeige euch dann schon mal wenn jetzt die Tränke wieder ausgelaufen sind wo wir dann weiter machen also quasi nach Level 170 weiter machen das wäre meine Idee mein Plan also wir machen hier dann weiter bis 170 und dann zeige ich euch nachdem jetzt die Tränke aus laufen Prozent dann nach ich glaube ich glaube wir haben es verstanden wir spielen so ich glaube mit 170 bekommt maß die quest ich bin mal jetzt aber nicht grad sicher ich gehe jetzt schon mal ja ja genau da brauchen wir uns mal zurück genau das läuft aus so dann wollten wir uns mal die glücknahme wie gesagt ihr könnt um meine kültereinigung kein thema wenn ihr das möchte so und zwar geht das dann hierhin also hier kommt ein ich mache mal noch mal schnell ein rückblick kommt hier ein so dann gehen wir hin zu den thema bohren und hier auf special juli nie quatsch auf den world end da drauf genau hier drauf noch mal jetzt gerade keine rückmeldung jetzt geht's so und dann habt ihr hier die zwei mbc ist so dass ein mbc der leuchtet schon wenn ich mal schnell mal in sekrette sorry ganz kurz so und zwar das ist ein titel mbc so da könnt ihr ihr seht gerade kamikamaha und hast du nicht gesehen die die so jeder titel also ihr könnt ihr könnt jeden titel machen aber jeder titel braucht glaube ich 150 spezial token ist das und ich glaube die haben die gleichen werte sind aber gut also ich nehme die schon mal an das machen wir dann später so ich nehme die schon mal ein und hier glaube ich ja aber noch nicht ja genau ab 170 ab den mbc ab 170 bekommt man dann die 175 rüstung plus waffe so und dann müsste dann halt ich glaube für die rüstung war das hier die elefanten kloppen und für die waffe aber ich glaube dass das das machen wir dann ja so viel prozent brauchen wir ja nicht mehr machen wir dann im nächsten video ja genau das machen wir im nächsten video da machen wir die restlichen prozente auf 170 und da machen wir die quest oder fangen die quest an weil es sind doch schon glaube ich 500 war ich bin noch nicht mehr so sicher jedenfalls die titel quest hat ja genau die 150 spezial token da kriegst du jetzt mal pro titel ist klar so ja genau das machen wir im nächsten video dass wir die letzten prozent auf 170 machen und dann gehen wir ja 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 und starten mal die quest durch so ja würde ich sagen so und damit sag ich schon mal so klein wink typ auch wie gesagt daumen hoch lieben gern gesehen kommentar sehr gern gesehen wenn ihr mich abonniert dann klickt auf die glocke da unten rechts damit werdet ihr auch informiert wenn ich ein neues video hochgeladen habe so und damit sag ich mal tschüss 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 tschüss